Deutschlands größte Breitensportveranstaltung in unserer Stadt steht unmittelbar vor der Tür. Jetzt trafen sich die Initiatoren im BAF, um weitere Absprachen zu treffen. Das Festival des Sports findet vom 18. bis 20. Juni im Eberswalder Sportkomplex statt. Vereine wie der Landessportbund, der Kreissportbund, die Stadt Eberswalder und Förderer des Festivals sind Ausrichter des Spektakels. Geplant sind viele Highlights und ein Rahmenprogramm für jedermann. So steht der 18. Juni ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Ein großes Kita-Sportfest mit ca. 3000 Kindern, ein Mini-Marathon, aber auch viele Infostände mit Wissenswerten rund um den Sport erwarten die Gäste. Für die, die wissen wollen, wie fit oder mutig sie sind, wird vom Eisklettern bis Akro-Bungie sicher etwas dabei sein. Verschiedene Turniere, eine große Badeparty und die Live-Übertragung des EM-Fußballspiels Deutschland-Lettland auf einer Großleinwand runden das Drei-Tage-Festival ab.